Die BLS begrüßt Sie im Interregio nach Burgdorf, Herzogenbuchsee und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Burgdorf. Burgdorf Wienigen Wir treffen in Herzogenbuchsee ein. Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Geschätzte Fahrgäste, in Folge Bauarbeiten endet unser Zug hier. Wir bitten Sie auf die Bahnersatzbusse umzusteigen und danken Ihnen fürs Verständnis. Achtung! Dieser Zug wird geschlossen und weggestellt.